So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon GO, eine Infofolge. Ich versuch's jetzt gerade zum dritten Mal. Ich nehm das immer One Take auf, wenn man dazwischendurch mal pupst. Dann muss man's wieder ausmachen, dann muss man wieder neu anfangen. Jetzt hab ich nicht gepupst, weil das hätt ich drin gelassen. Nee, der Anfang war so verhaspelt, also hab ich gedacht, ach komm, du bist eh am Anfang, mach's einfach nochmal neu. Das ist ja richtig genial. Ich muss mich dieses Mal ja sogar bei Niantic mal bedanken, dass die immer die Leute so überhäufen mit allen möglichen Krams. Denn ich wollte am Dienstag ja unbedingt mein Gewinnspiel rausbringen. Ich wollte am Mittwoch, durfte ich nicht Raid am Mittwoch machen, weil das darf ich erst am Freitag machen, wegen Sören seinem Geburtstag. Ja, der wird jetzt immer zu erwähnen in jedem Video. Ich muss so gucken, was mach ich denn? Ich brauch also was für Mittwoch, ich brauch was für Donnerstag. Uh, da ist ja dieses komische Elektro-Magnet-Event angekündigt, pass auf. Eigentlich kannst du es am Dienstag raushauen, das Magnet-Event, aber komm, ey, gib dir einen Ruck. Das interessiert eh keinen. Hau es Mittwoch raus, dann hast du Mittwochs-Video und kannst Dienstag dein Gewinnspiel machen, damit das mit dem Gewinnspiel endlich mal klappt. Für Donnerstag ziehst du dir was aus dem Arsch und Freitag machst du Raid am Mittwoch, am Donnerstag am Freitag, wegen Sören seinem Geburtstag. Und was ist jetzt passiert? Natürlich kam gestern schon, nee, Dienstag schon, irgendwann kam auf jeden Fall dann die Info für den nächsten Seat, der jetzt offiziell der nächste Blogpost ist da und den hätte man für Mittwoch machen können. Aber da habe ich ja das Magnet-Studie-Event-Video hochgeladen und jetzt kann ich hier sitzen am Mittwoch und für Donnerstag den Mankey Seat-Day ankündigen. Das ist dann das, was aus dem Arsch gezogen wurde, also das Mankey. Und dann ist Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Da hat ja Sören alle Hebel in Bewegung gesetzt. Vielleicht ist er auch der Praktikant, der bei Niantic immer übers Kabel stolpert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall passt es jetzt perfekt. Das heißt, ich muss auch noch kein Giovanni-Hitran-Shadow-Raid machen, habe da noch Zeit und keinen Stress. Community-Day im November 24, Mankey. Bis hierhin hättet ihr vorspulen können, die ersten zwei Minuten, denn da gab es noch keine Infos, da gab es nur Schmaren. Jetzt haben viele schon wieder gesagt, Mankey, echt jetzt? Langweilig. Mankey gibt es schon so lange. Mankey kann ja gar nichts. Mankey gibt es doch schon als Shiny. Diverse Kampf-Events, das spawnen immerzu hin und her. Hat aber seit letztens erst mal noch eine weitere Entwicklung bekommen, nach Razav mit Epitaph. Und Epitaph sieht auf jeden Fall verdammt gut aus. Ist wohl auch nützlich und kriegt dann jetzt vielleicht nochmal eine Attacke, die es noch besser und nützlicher macht. Und ich finde Mankey sowieso, Kando-Pokémon ist immer das A und O. Ich muss sagen, Strawickel, der letzte Sea-Day, Strawickel war ein neues Shiny, aber hat mich an sich nicht so sehr interessiert, wie jetzt Mankey. Also das interessiert mich auch nicht, aber ich finde es Mankey besser als Strawickel, obwohl Strawickel neu als Shiny eingeführt wurde. Könnt ihr der Logik folgen? Wann ist das ganze Ding überhaupt? Was ist das? Ein Schwein-Affe-Pokémon. Wenigstens bezeichnen sie es selber so, wie es ist, das Schwein-Affe-Pokémon. Mängi steht im Mittelpunkt beim Sea-Day im November, nämlich am Sonntag, den 10. November, von 14 bis 17 Uhr. Es ist auch wichtig, dass man jetzt am 9. Oktober, oder bei euch, ihr seht das ja dann am 10. Oktober, ein Monat später den Sea-Day schon ankündigt, für den 10. November, damit dann wieder Anfang November keiner weiß, wann war das Sea-Day, was war im Sea-Day, das ist Niantic. 14 bis 17 Uhr. Ihr kennt die Zeit, wilde Mängi erscheinen häufiger, mit Glück auch Shiny. Also meistens ist die Shiny-Rade ja so angehoben, dass ihr sie bis zum Shiny begegnet, exklusive Attacke jetzt. Entwickelt Mängi oder Rasav während des Events, oder bis zu 5 Stunden danach, damit euer Rasav oder Ebitav die Attacke, die Ladeattacke, Zornes Faust erlernt. Ist das jetzt eine Geisterattacke, oder ist das Zornes Faust eine Kampfattacke, oder ist das ein Kampf-Pokémon? Also dann fände ich es jetzt wieder irgendwie nicht so cool, weil ich glaube, als Kampfarmee bin ich doch immer noch bei meinen Maromais hängen geblieben, und es gibt ja auch mit Meistergrief noch krassere Alternativen, wie Maromai, wenn jetzt der auch Kampfattacken kriegt. Denk mal einfach, es ist eine Geisterattacke, und dann ist es nicht so wie Gengar, was gleich umfällt, sondern es ist halt Ebitav, das fällt erst danach um. Trainerkämpfe 50 Schaden, Angriff steigt um eine Stufe, Arena-Kämpfe, Raidkämpfe 100 Schaden, es gibt wieder eine Spezialforschung zum Community Day, wo ich ja immer sage, einmal im Monat diesen 1 Euro könnt ihr euch natürlich leisten, das ist cool, da kriegt ihr nette Items, Boni, Zusatzstaub, EP, alles mögliche, Begegnungen direkt, auch mit einem fertig entwickelten Ebitav wohl, denn da muss man ja eigentlich eine Aufgabe lösen, mit 100.000 Geist-Pokémon oder so fangen, ne, Psycho, ne, kämpfen, Geister bekämpfen, in der GBL, ne, ach, ich habe keine Ahnung, ich weiß ja, ich weiß gerade nicht mehr, was die, das macht ja dann da doch gar keinen Sinn, jetzt habe ich gedacht, letztens habe ich was, da sollte ich was entwickeln, das Pokémon saß nirgendwo, wie soll ich jetzt da Psycho-Pokémon fangen und entwickeln, äh, das geht ja gar nicht, aber ich glaube, irgendwas war da dabei mit Kämpfen, ja, man soll gegen Geist oder gegen, irgendwas kämpfen, in der GBL oder in Trainerkämpfen, gegen einen, wie wollen sie das denn umsetzen, du rennst ja nicht rum am C-Day und dann, so, jetzt machen wir erstmal 30 Kämpfe in der GBL nebenbei, oder gegeneinander, damit wir das wenigstens auch erst einmal entwickeln können, also das wäre doof, wird das ausgesetzt, gibt es dann für den C-Day keine Entwicklungsbedingungen und ihr könnt es einfach direkt entwickeln, nur mit Bonbons und nach dem C-Day wird es wieder angehoben, das wäre natürlich interessant, aber vielleicht steht das ja auch hier irgendwo, auf jeden Fall könnt ihr das Ticket wieder verschenken, dann haben wir Event-Boni, da ist wieder ein ganzer Sack voll, wie man sieht, eine befristete, da steht es doch, da steht es doch, was bin ich denn bekloppt, da steht es doch, das ist eine andere Aufgabe, befristete Entwicklungsanforderungen, das ist nicht die normale Entwicklungsanforderung, sondern am C-Day habt ihr die, und die ist befristet, für den C-Day, ihr könnt Razav zu Ibidav entwickeln, indem ihr 20 Kampf-Pokémon mit Razav als Kumpel fangt, wenn ihr also ein Exemplar habt, was ihr entwickeln wollt, nehmt ihr das als Buddy, und Manky ist ja ein Kampf-Pokémon, dann fangen wir einfach 20 Mankys, und dann könnt ihr es entwickeln, sucht euch halt ein Shiny, und dann entwickelt ihr das halt durch, oder wie auch immer, also 20 Kampf-Pokémon bei Manky, am Manky-Day, ist auf jeden Fall machbar, dreifache Fang-EP, das ist cool, für die Leute, die leveln müssen noch, doppelte Fang-Bonbons, doppelt so hohe Chance auf XL, ab Level 31, während des Events aktivierte Log-Module, Wismar 3 Stunden Log-Module, 3 Stunden Rauch, Schnappschüsse wieder, die ihr machen könnt, ein zusätzlicher Spezialtausch, also 2 pro Tag, in der aktuellen Season gibt es ja nur einen, da dann wieder 2, wäre ja schön, wenn die ganzen Glücksfreunde, die ich habe, sich mal melden würden, denn die einen weiß ich nicht, wer die sind, die werde ich dann löschen, und die anderen weiß ich, wer die sind, und habe die auch schon angeschrieben, aber die schreiben nicht zurück, so, oder sie heißen Dragonite, und wollen immer irgendwas, was unmöglich ist zu haben, und was anderes wollen die nicht, und dann denkt man sich, boah, bei dem mache ich einfach gar keine Geschenke mehr auf, weil es ist eh mal ein Krampf, mit dem Dragonite zu tauschen, Grüße gehen raus an Dragonite, so, tauschen kostet 50% weniger Staub, das wissen wir ja auch, Bonus-Raid-Kämpfe, nach dem Community Day, so, ihr habt dann natürlich wieder Raids der Stufe 4, die ich nicht mache, noch nie gemacht habe, es immer spezielle Leute gibt, die sagen, sie machen das als Herausforderung, um zu gucken, wie das funktioniert, und ob man das alleine hinkriegt, oder im Duo, und mal sind die schwerer, mal sind die leichter, normalerweise sind die etwas schwerer, diese 4er Raids, aber damit könnt ihr euren Seedek künstlich verlängern, aber bei Manky braucht man das glaube ich nicht, Shiny wird man haben, genug Bonbons kann man eigentlich machen, in den 3 Stunden, und es ist, meine Meinung nach, meine Meinung nach, trotzdem nicht so ein heftiges Pokémon, dass er das nicht machen muss, das kann ich verstehen, wenn die Leute das bei Tarnel machen, aber selbst da ist es eigentlich auch nicht nötig gewesen, so. Feldforschung, klar, Feldforschungsaufgaben direkt an den Stops, wo ihr dann wieder besondere Begegnungen habt, wo nochmal Mankys rauskommen, wo ihr dann wieder ein 100er Wert habt, guckt Level 15, was hat es, was ist es, Sternenstaub, Superbälle, Pokestop, Showcases, mit Manky, das weiß man nicht, hier steht während des Community Days mit Manky, warten, Showcases, aber, sind die dann auch mit Manky, es gab zum Beispiel am, äh, Strawickel Seeday, Showcases, aber nicht mit Strawickel, wäre natürlich schön, wenn ihr da wieder das, Seeday Pokémon reinpackt, und alle da in dem Moment spielen, und fangen, und dann die Größen reinsetzen, ist doch nicht so schwer, Sieeday Hyperbox brauchen wir nicht, Event Hyperboxen brauchen wir nicht, Sticker brauchen wir nicht, und Gruppen brauchen wir auch nicht, ich bin meine eigene Gruppe, ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis ein Peace Out vorhaut, euer Ramses, eigentlich hätte man das in einer Infografik einfach posten können, aber so gibt es noch Senf, ja, manche mögen Senf, und deswegen, manche mögen es heiß, manche mögen heißen Senf, heiß, da muss ich wieder an Jonas denken, der ist zu dem Zeitpunkt jetzt leider immer noch im Krankenhaus, ich bin heute ganz alleine, na, das Muttertier ist da, so, das Muttertier ist immer da, deswegen, Grüße an das Muttertier, die schläft, ich nehme das hier auf, für euch, für Donnerstag, und da kann ich dann wahrscheinlich dann aber wieder abholen, und Sandra halt auch, die hängt da so mit dran, und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis ein Peace Out vorhaut, euer Ramses, und ciao, habt ihr Bock auf Menki? Schreibt es mal in die Kommentare, wie findet ihr Epitaph, schreibt es mal rein, und was ist das jetzt für ein Attack, ist das Geist oder Kampf? Ciao. Ciao. Ciao.